einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar forex pro systeme live trading mit torsten herrick mein name ist nelson carlos netto ich begrüße sie im namen von fx flat freue mich wirklich sehr dass sie heute live dabei sind und selbstverständlich dass torsten auch mit dabei ist und für uns das webinar hält und bevor ich den bildschirm übertrage mache ich wie immer kurz oder besprechen wir kurz den risiko hinweis denn dieses webinar dient nur zu schulungs und informationszwecken unabhängig vom inhalt heute müssen sie wie immer ihre eigene entscheidung treffen und dürfen diese veranstaltung bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen ja sehr gut dann übertrage ich den bildschirm wünsche viel erfolg viel spaß lieber torsten und hoffentlich hält die technik ja erst mal guten morgen so guten morgen jetzt solltet ihr auch was sehen oder einen wunderschönen guten morgen die runde und sorry keine ahnung das ist ich konnte eure lustigkeiten hier sehr schön beobachten der war noch auf die 1 auf die 14.711 und gestern war dax langen tag den hat er noch nicht verarbeitet und naja und kummer mit der technik und ja 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 lässt er rein die aber wer austeilt muss auch einstecken keine ahnung wo das gelegen hat ich hatte kein mikro ich hatte keinen lautsprecher es war nichts zu sehen und es lag ausnahmsweise nicht an meiner technik und nach neun anwählen da hilft dann auch kein anrufen entweder ich bin da oder ich bin nicht da immerhin keiner versteht ihn das glaube ich dass mich keiner versteht danke an die für diese für diese nachricht keiner versteht ihn sondern das heute mal zum thema machen keiner versteht ihn das ist glaube ich das thema des tages heute auf welches ich eingehen werde oder eingehen muss heute ich werde heute einen kleinen rückblick halten auch auf die letzte woche im dax und wir werden uns ein paar sachen zu gemüte führen ich habe vorhin noch in der ecke gesessen wo man gerne alleine hingeht und habe darüber nachgedacht wie ich das thema wohl heute nennen möchte aber mir ist kein passender name dazu eingefallen aber ich werde muss möchte dieses thema definitiv heute hier etwas mehr auseinander pflücken was hier los wo hakt das hier jetzt alles wieder da ja bitte habe auch etwas gepostet isks nein habe ich noch nicht drauf geguckt wir schauen hier erst mal auf diesen wenn du mir die zeiteinheit schreibst mein lieber dann versuche ich da noch rein zu gucken wir werden das dann mal auseinander pflücken so das erste was ich gerne auseinander pflücken möchte ist dass wir hier unseren tagesplan von gestern haben long erst ab 1 15 83 besser 1 15 93 diesen satz habe ich gestern früh hier reingeschrieben wir haben dann gestern gestern geshortet von der 1 15 82 wollten wir zur 1 15 72 dann zurück bis idealerweise an die 85 und dann wollten wir zur 55 hier runter von da diesen plan haben wir gestern gemacht wer kann sich erinnern wie wir ihn denn umgesetzt haben vor ich ihn etwas aus den augen verloren habe der plan war ziemlich sauber gezeichnet runter von da nach da das haben wir auch gemacht long erst ab 1 15 83 besser 1 15 93 haben wir hier ganz fett noch reingeschrieben short 1 15 82 zur 72 und dann kann er hoch bis 1 15 85 und runter bis zur 1 15 55 das war unsere hauptrichtung und ab da sollte er wieder nach oben drehen long hatten wir nebensächlich als nebensächliche route ähm hier platziert da wir übergeordnet in einem abwärtstrend waren die erste nummer hier nach unten haben wir ein stück mitgenommen sieben punkte konnten wir aus der short nummer rausholen dann ist er zurückgelaufen und die habe ich dann fälschlicherweise schon gelong musste dann sieben punkte verlust hier einstecken und als er dann von der 72 zurück ist und hier an die 76 zurück habe ich diese nummer schon geshortet bis zur 55 habe es aber äh an einem bestimmten platz nicht gepostet an die bitte diese short position zur 55 aus der performance tabelle äh löschen beziehungsweise vermerken dass sie nicht mit bewertet wird da er nicht zurückgelaufen ist bis an die 85 das war unser plan gestern dieser plan ist nicht nur gut aufgegangen sondern hat richtig schön sauber unsere zielbereiche abgearbeitet hat sogar den letzten den wir hier unten auf dem plan hatten die 26 die hat er geholt mit der 29 drei punkte darüber gedreht um dann wieder zurück zu laufen und direkt die 55 die 54 über die 55 wieder zu bestätigen gestern so ein typischer tag zielbereichshandel perfekt wir haben hier runter an die 76 zurück die 83 bestätigt runter an die 72 zurück die 76 bestätigt dann runter hier die 72 gebrochen zurück die 72 bestätigt runter an die 55 zack runter die 55 bestätigt zurück die 26 und dann die 55 nochmal bestätigt und in diesem Bereich turnt er jetzt rum das einzige was jetzt noch fehlt ist die bestätigung auch wenn ich diese begrifflichkeiten bestätigung etc nicht mag ist diese ist der rücklauf an die 72 die wurde nach diesem bruch nachdem er an der 55 gewesen ist nicht noch einmal geholt sollte aber passieren und auf diesem weg wird er sich jetzt auch begeben oder wird sich dort auch befinden daraus ergibt sich heute ein neues spiel wenn man das so nennen darf nehmen wir mal den hier inverse sks die habe ich gestern hier durchgestrichen die die inverse sks die wir hatten die ist im moment kaputt deswegen können wir diesen chart auch benutzen und können hier alles rauslöschen und machen hier einmal einen neuen plan für heute den wir uns dann gleich übergeordnet noch etwas anschauen werden ich schicke einmal vorneweg dass ich viele sachen nicht handeln werde ich habe beschlossen nach der letzten woche nach dem gestrigen tag mich ein paar tage aus dem aktiven handel hier zurückzuziehen da kommen wir gleich drauf vorneweg auch wenn nelsen ja den risiko hinweis schon vorgelesen hat eins vorneweg wenn ihr einen anderen plan habt als ich wenn ihr euch schon einen plan gemacht habt dann nehmt den hier falls ihr den für voll nehmt falls ihr meine arbeit für voll nehmt falls ihr die akzeptiert oder nutzen wollt um diese mit eurem plan abzugleichen aber bitte 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 schmeißt euren plan nicht über den haufen wenn er fundiert und begründet ist solltet ihr allerdings einen plan nach bauchgefühl haben ohne irgendwelche regeln dahinter was ja viele machen das ist jetzt keine unterstellung sondern ich höre das immer wieder aus gesprächen nach welchem regelwerk handelst du denn ja nach bauchgefühl aber da bin ich ganz gut wenn man dann fragt wie oft bist du jetzt verheiratet ja das dritte mal hast du nach bauchgefühl geheiratet also wenn ihr keine regeln habt was leider gottes viele auch haben dann kann man sich hier unser regelwerk eventuell zu nutze machen ansonsten nutzt meine arbeit einfach um eure eigene arbeit abzugleichen so wie ihr gesehen habt bin ich heute etwas unvorbereitet hier so aber hat auch keiner gesagt ich muss vorbereitet hierher kommen Hi kann ich auch sagen Moin Hi wir haben hier unsere Zielbereiche wir sind im Fünfer Chart sind wir im Moment ganz ziemlich klar aufwärts unterwegs wir haben einen Aufwärtstrend wir haben das letzte hoch der Abwärtsbewegung haben wir kaputt gemacht wir haben hier einen zwar ziemlich krumm aber einen Doppelboden hier verursacht aber wir sind in einem Aufwärtstrend oder in einer Aufwärtsbewegung hängen wir im Moment ich will nicht sagen wir hängen fest aber wir haben da diese Geschichte jetzt hier vorausgesetzt mehr will ich gar nicht machen ich benutze meine Zielbereiche wir sind Long unterwegs in dieser Long Bewegung sind wir momentan in einer Korrektur diese Korrektur die stellt sich hier im Moment etwas flackig dar müssen wir mal gucken von wann dieses Ding ist hier von um drei Maus ok passt das stellt sich in einer kleinen Flagge da die ich gleich andersfarbig machen werde da ich mach die mal ein bisschen welche Farbe hättet ihr denn gerne ist Markus hier der hat ja immer Wunschfarben ah der ist um die Zeit noch nicht wach so den Feg hier den lasse ich draußen vor dieses hoch dieses tief das passt kleiner Fehlausbruch das heißt wir haben hier einen Fehlausbruch und demnach wird sich und könnte sich für uns folgendes ergeben solange wir unter der 1 15 51 sind können wir einen Fehlausbruch aus diesem Kanal hinkriegen hinkriegen um macht natürlich genau das Gegenteil schluss 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 um dann hier unten ein bisschen rumzutunen und dann nach oben wegzulaufen das heißt wir sind übergeordnet in einer Long-Bewegung und in einer übergeordneten Long-Bewegung suche ich mir auch Long-Setups wir haben heute den siebten oder 07.10.2021 gleich Long-Setups 1 idealerweise ab 1 15 46 1 15 44 nach Zielbereichen 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 Sie gucken, 1,1558 nach Euro pro. Gucken, ob das auch passt. Ja, viel früher würde ich damit nicht anfangen. Ich werde diesen Text sogar noch verfeinern. Besser ab 1,1562. So. Die Denke verstanden? Das Setup verstanden? Dann will ich nämlich gerne noch eine Zeiteinheit höher gehen. Ich habe gestern bei uns im Webinar festgelegt, dass ich mir eigentlich diese Fragerei ersparen kann. Antworten kommen ja kaum, sondern wir machen das in Zukunft andersrum. Wenn nichts kommt, dann gehe ich davon aus, es ist verstanden. Wir nehmen dazu jetzt mal noch diesen H1. Wahrscheinlich ist es auch das Bild, was du meinst, Andreas. Da sind wir noch mit 1,1704. Das können wir jetzt mal alles löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Dieses Bild kann man ja übergeordnet dazunehmen. Und wenn wir uns das jetzt mal großziehen, dann unterstreicht auch dieses Bild zurzeit ein schönes optisches Long Setup. Und zwar in dieser Form. Die Marken dazu zeichne ich gleich ein. Und zwar haben wir hier die 1,1562. Sehr schön. Woher kennen wir die 1,1562? Meine fünf Minuten dürfte hier was hängen bleiben hier. Woher kommt die 1,1562? Haben wir gerade gesagt, ab 1,1562 können wir nach Euro pro longen. Hier sollten wir, das ist der Zielbereich und ab da können wir uns Long Setups suchen. So war oder ist der Plan. Wir haben hier die 1,1562? Wir haben hier diese Tiefs und wenn die durchschossen werden, dann haben wir Luft bis hier hoch. bis an die 1,1669, dann könnten wir nochmal runter in den Bereich 1,1562. Um dann nach oben wegzulaufen mit einem Ziel. Ich muss das jetzt mal genau machen hier. So. Je nachdem, wo die Linie dann landet, dürften wir hier oben in diesem Ziel landen. Ich glaube, Andreas, so hast du es auch gemeint, oder? Und wir sind hier oben in diesem Bereich bei 1,1748. Hier an diesen Hochs und das wäre dann ein Long Ziel, welches angelaufen werden kann. Und wenn ich mir diese Rutsche angucke, vom September bis da runter, dann ist das hier der Zielbereich für Long Setups. Zielbereich für Long Setups. Gleich 1,1746 bis zur, bis 1,1780. Ich habe mir vorher keine, ich habe heute Morgen keine Analysen vorher gemacht, gar keine. Ich mache das einfach mit euch zusammen. Bitte Verständnis dafür. Ich kann in einem Webinar, wenn ich meine Charts hier mache und meine Analysen mache, nicht noch immer im Slack nachgucken oder in E-Mails nachgucken oder wo wirklich noch WhatsApp irgendwie, wo man dann Bilder zuschickt. Das kriegt mein kleines Friesenhirn in dieser Form nicht hin. Also das hier im H1, übergeordnet das Setup Long. Wir dürfen also da hoch, dürfen dann da runter und dann nach oben weg. Diesen Plan kann man sich zu eigen machen, den kann man sich hier mit auf den Schirm packen, um den auf jeden Fall nicht aus dem Auge zu verlieren. Das Bild baut sich hier sehr schön, baut sich auch optisch hier sehr schön auf und damit ist es eine Geschichte, die man auf jeden Fall diese Marken, die man auf dem Schirm behalten sollte. 1.15.62, 1.16.39 und dann nach oben. Wenn wir... Wo habe ich denn meinen Tagesplan gemacht heute? Da. So. Und dort sind wir heute ja sehr engmaschig unterwegs, wie man sieht. Hier dazwischen, wie gesagt, idealerweise noch nichts machen. Zwischen der 1.15.61 und zwischen der 1.15.51 sollte man es sein lassen. So. Im Euro alles soweit klar? Und da ist ja. So. So. Und da ist ja. Gut, wenn keine Fragen dazu sind, mein Plan eventuell verstanden wird, verstanden wurde, dann ist ja alles gut. Gut, dem einen oder anderen fällt vielleicht auf, dass ich keinerlei Indikatoren dafür benutze. Gar nicht. Und habe ich auch nicht vor, die zu benutzen. Ich komme ohne viel besser klar. Aber ohne Kaffee komme ich nicht klar. Das wurde hier gerade positiv gemerkt. Gut. Gut. Wer kann Sie noch an unseren DAX-Plan von letzter Woche erinnern? Ich switche mal noch so lange um. Welchen Plan im DAX haben wir letzte Woche hier gebaut? Guten Morgen, Diana. Es gibt so die eine oder andere, die kommt dann manchmal etwas später. Steht zwar um drei auf, postet um drei Uhr dreißig irgendwas auf Facebook und dann kommt man halb neun zum Webinar. Wie lange braucht man denn morgens im Bad? Ich dachte ja schon immer, ich brauche lange, aber... Und ich schmink mich nicht mal morgens. Sieht man, ne? Bei dem einen oder anderen Mitten das Krähenfüße. Mir hat man immer gesagt, das sind keine Krähenfüße, das sind Sonnenstrahlen. Die kommen doch nicht vom Lachen, nicht vom Heulen. Damit ich auch immer weiß, wer ich bin, ne? Welchen Plan hatten wir... Welchen Plan hatten wir letzte Woche im DAX? Ich kann gar nicht mehr zuhören, oder? Hätte ich mir auch sparen können, oder? Äh... Ne... Bernhard, danke, dass du dich outest, dass du dich äußerst, aber nein, die Marke ist falsch. Die vorher... Letzten Donnerstag war der 30. Und das hier ist der 30.08 Uhr. Also mitten im Webinar. Ich haue jetzt mal noch einen oben drauf und das ist 8 Uhr. Also genau zum Start des Webinars. Auf die Minute, ne, Nilsen? Yes. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ähm... Wir haben... Wir hatten doch 15.4.45 hatten wir auserkoren. Du hast recht, mein lieber Bernhard. Sorry. Wir hatten diese Marken hier Stück für Stück auserkoren für den Short. Von hier oben nach unten durch. Da ist der 30.09. um 9 Uhr, also 8 Uhr. Dort hoch, dort wollten wir hin. Und dort bei der 15.4.14, 15.4.45, wollten wir Shorten mit dem Ziel 15.009. Das war genau unser Plan. Letzte Woche Donnerstag. Ich habe dazu eine PDF auseinander gepflückt. Wer hat die gelesen aus dem Newsletter? Ich habe diese Geschichte auseinander gepflückt. Nachdem er nämlich hier dieses Stück gefallen ist bis hier hin, bis in diesen Bereich, habe ich mich umdrehen lassen. Und das muss ich fairerweise so sagen. Und das sollte eigentlich mein Hauptthema heute werden. Und nein, Lutz, das dauert nicht länger heute. Ich will da nur einmal ganz klar Bezug drauf nehmen. Und zwar haben wir letzte Woche in dem Webinar kamen etliche Aussagen. Wir haben den letzten des Monats, dort haben wir oft steigende Kurse. Wir haben morgen den ersten des Monats. Da haben wir immer steigende Kurse. Wir haben dies, wir haben jenes. Alles auf Long gebürstet. Und deswegen habe ich dieses Setup, was durchlaufen sollte bis zur 15.09. nicht durchgehandelt. Sondern habe es dann verworfen. Habe es dann über den Haufen geschmissen. Habe dann hier zwischendurch alles Mögliche gemacht. Hier nochmal einen Long probiert und da nochmal was. Und habe Gespräche geführt mit anderen. Und jeder sagt mir dann, ah nee, das sehe ich so und das sehe ich so und das sehe ich so. Und ich habe einfach letzte Woche gemerkt, was das mit unserem Kopf macht. Auch mit meinem Kopf. Der eine sagt, okay, du hast ein bisschen Erfahrung. Der nächste sagt, du bist Profi, dir darf das nicht passieren. Und bla 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 bla. Was ich damit sagen will, und so habe ich es auch geschrieben, ist, dass man egal welche Qualifizierungsstufe man hat. Oder wie man das auch nennen will. Egal wie viel Erfahrung man hat. Es ist eine ganz einfache Regelung. Wenn du einen Plan hast, dann halte dich da dran und zieh diese Nummer durch. Wir hätten genau diese Geschichte, die wir hier zum Teil ja auch Long gehandelt haben. Bis hier hoch. Bis an die 4.14 haben wir ja Long gehandelt. Dann diese Umkehr. Und dann dieses Ding einfach durchziehen. Fertig. Hier hätte man das Ding mit 200 Punkten irgendwo absichern können und dann durch. 15,09 war das Ziel. Und das Low bei 14,983. Also locker mit einem TP zu holen. Hier habe ich am Wochenende eine Analyse gemacht und habe geschrieben, grünes Rechteck ist die Aufgabe des DAXes für die Handelswoche 4.10. bis 8.10. Also für diese Woche. Hier haben wir den Eröffnungskurs da am Sonntag. Hier hat er am Sonntag geöffnet. Ist ganz kurz hoch. Ab dann nachts um 1 ist er hier oben angefangen zu fallen. Dort haben wir angefangen zu shorten. Und Ziel war 14.820. Ziel 14.820, welches wir anlaufen wollten. TP Ziel 14.820. Maximales Ziel 14.790. So war der Plan. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Plan von gestern noch finde. Da haben wir ihn. Gestern Morgen haben wir den DAX ebenfalls geshortet. Und zwar vorgestern angefangen bei der 15.190. vorgestern Abend. Da. Diese Nummer haben wir gestern früh hier geschlossen bei 15.100. Dieses Rücklaufpotenzial hier genutzt. Hier diese Kerze hatte das High bei 15.118. Und wir haben gestern geshortet. Wo haben wir gestern geshortet? 15.112 bei der 15.112. Bei der 15.112. Bei der 15.112. Ziel 14.711 und hier drunter den maximalen Exit 14.720. Ausbruch unter die 15.015. Rücklauf dann aufstocken. SL dann 15.060 und nach Möglichkeit die Position darunter, wenn die Position verdoppelt ist, dann hier den Stopp auf die 60 und dann nach unten durchziehen. Erster großer Haltepunkt 14.820 und der Exit spätestens 14.720. Gleiche Situation wie letzte Woche, wie letzte Woche Donnerstag. Diskussion, nein, nicht Diskussion, sondern mein Gehirn. Und dann, oh, die 15.055 ist ein Brett. Die 15.055, da musst du break even gehen. Warum nicht bei der 15.055 60 Punkte mitnehmen? Warum nicht dort aussteigen? Das Ding bietet doch Widerstand. Warum nicht an der 15.000 raus? Wir haben noch gesehen, dass die hält. Meine Aussage gestern war noch, nein, wenn er hier durchgeht, dann will ich dabei sein, wenigstens bis zur 14.820. Kaum war das Webinar dabei, dass ich mein Gehirn umgekrempelt habe oder habe mich verunsichern lassen. Ich habe mich von meinem Plan hier abbringen lassen und habe dann hier unten bei 15.015 diese Position von 15.112 mit 100 Punkten geschlossen. Ich habe dann sogar einen Long versucht, dann gab es was an die Backen. Gut, wir haben dann von hier unten von der 14.800 noch was nach oben diese Nummer mitgenommen. Wir konnten dann wenigstens ein Teil wieder wettmachen, haben etliche Long-Punkte mitgenommen, um dann bei der 15.055 gestern Abend wieder zu shorten und sind dann mit 35 Punkten Verlust gestern Nacht rausgeflogen. Wir haben jetzt hier erstmal alles wieder auf Null gesetzt, diese Geschichte. Solange wir nicht hier oben drüber landen, solange wir nicht diesen Kram hier nach oben verlassen, weiche ich auch von meiner shortigen Meinung nicht ab und suche mir Long nur mit kleinen Risiken. Nehmen wir ein Beispiel jetzt. Ne, jetzt will ich erstmal mit dem eingerecht werden, nämlich unserem Andi. Unser Andi hat vorhin, jetzt weiß ich auch was du meinst, ich mache einen neuen Chart auf dafür. Ja, ich schätze mal, das weinst du mein lieber Andreas. Was ich überhaupt nicht mag, ist Ungeduld. Was ist für heute auf dem Plan? Was ich nicht tue, ist ein Webinar veranstalten und dann auf Zuruf das zu analysieren, weil gerade jemand da ist, der fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit hat und mal schnell reinguckt und sagt, du mach doch schnell den DAX, ich muss gleich wieder weg. Wir sind immer zwischen 100 und 200 Leuten hier und wir müssen alle 100 bis 200 hier berücksichtigen. Wenn man das jetzt hier nicht direkt auf die Minute erfährt, dann muss man sich einfach gedulden oder sich die Aufzeichnung hinterher anschauen. Ganz einfach. Wir haben jetzt hier von hier oben kommend, haben wir genug Abwärtsbewegung weg. Das ist richtig, so dass wir uns irgendwo jetzt langsam mal auf eine Long-Geschichte einschießen könnten. Und demnach auch hier 14,987. Ich versuche eine gerade Linie hinzukriegen. Vielleicht kennt Nelson ja das Problem. Wenn ich diese Linie jetzt verschieben will. Mal gucken, ob das jetzt hier passiert. Dann verändert die ihre Schräglage. Und wird nicht eins zu eins kopiert. Ist seit dem letzten Update so. Wir haben immer Kummer, wenn ich diese Linie jetzt hier gerade duplizieren will oder verschieben will. Je weiter ich runterkomme, desto schräger wird sie. Vielleicht hat da jemand irgendwo eine Lösung für. Wir haben einmal die 14,808 hier unten. Ja, nicht ganz. Die 12 war glaube ich das Tief gestern. Da, wenn man sie verschiebt, genau das gleiche Spiel. Scheiße. Das ist die 12. Sind ja auch Leute von anderen Brokern hier. Nehmen wir die 10. Das Low dieser Kerze haben wir bei der 12. Also da. Und wir haben 14,987. Wenn wir uns diese Geschichte hier anschauen, kann sich jetzt das gleiche Spiel entwickeln. Das soll nämlich jetzt noch hochgehen bis an die 15,295. Soweit ist das ja nicht mehr. Hier. Und damit. Da hoch. Da runter. Nochmal an die 15,000. und dann nach diesem Muster da hoch. Nochmal. Das ist mein Muster. Es muss nicht euer Muster sein. Man kann es aber für seinen eigenen Handel im Hinterkopf behalten. Und dann sind wir schon mittendrin in der sogenannten Jahresendrallye. Und sind nach gezeichneten Mustern exakt an diesem hoch, bevor der eigentliche Abflug abging. Nämlich dieses High vom 24.09. Dieses hoch vom 24.09 bei 15,7 könnte dann das Zünglein an der Waage sein. Für den Tag heute. Das ist das übergeordnete Bild, was wir hier haben. Für den Tag 15,112. Das war unsere Shortnummer von gestern. 15,112 haben wir hier noch eingezeichnet. Gut, dass ich hier mal reingucke. Da. 15,112 war unsere Shortmarke. Short Entry Damen von gestern. Wir haben hier noch dieses Grammophon eingezeichnet. Das hier war genau der Plan, den wir haben wollten, hier unter 15,53 massivst wegzubrechen. SL 90 BE ebenfalls 90, das heißt von der 112 kommt bei der 15.022 stop break even. Und dann sind wir abgeschmiert genau bis ins Ziel. Diese Geschichte hier nehme ich jetzt mal raus. Und nutze die Zeit einfach nochmal. Ich werde, ich tue hier das oder ich veröffentliche hier das, was ich denke. Wenn jemand. Es geht erstmal gar nichts mehr. Ja. Ops. Ups. ich kann im chart hier nichts mehr machen warum nicht aufgeben was auch zwischenzeitlich weg jetzt bist du auch kurz weg wir hören dich immer abgehaktet jetzt wieder ich pausiere mal kurz die 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 übertragung starte meinen server mal neu jetzt jetzt sollte es wieder besser werden wir hören dich jetzt ja 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 Hallo? Wir können dich hören. Okay. Mein Server startet im Moment, also mein Contabo startet im Moment nicht. Warum auch immer. Deswegen dachte ich, mein Server ist einfach abgeschmiert. Hätte beinahe gesagt. Und ich sehe, dass meine Internetverbindung hier sehr schwach wird. Okay. Wir... Ich gucke mal, ob ich das über das Handy hinkriege. Ich wechsle mal ganz kurz den. Ich wechsle mal ganz kurz den. Nein. Ja. Jep, da sind wir gleich wieder. So, ups. Ich muss nur die Größe anpassen, dann machen wir gleich weiter. Sonst könnt ihr nämlich nichts sehen. Ich habe jetzt einfach nur über das Smartphone mein Internet geholt. So, da sind wir wieder. Ich war gerade dabei, die Linien hier zu löschen, die wir ja nicht mehr gebraucht haben. So, das jetzt mal vorausgeschickt, sollten wir nach diesen Mustern von der 15.190, die wir ja hier drin haben, mal gucken, wo wir jetzt den H1 haben, da. Wir haben hier ein High bei 15.170. Wir haben hier ein High bei 15.182. Diese Geschichte übernehmen wir. Da ein Hoch, da ein Hoch. Das ist für mich ein klassisches Doppeltop mit einem nachlaufenden Hoch. Da ein Hoch, runter, Doppelboden, Doppelboden hier aufgelöst nach oben. Schlusskurs bei dieser Kerze, den Close 15.173. Hier das High 15.170, das heißt drei Punkte drüber. Dann haben wir grobe Richtung bis hier runter. Wenn dieses Doppeltop aufgeht und dieses Nachlaufende hochgehandelt wird, alles kann, nichts muss, wird dieses Ding mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch erstmal abverkauft werden. Und zwar idealerweise bis darunter. Das wäre das Doppeltop. So. Stop geht da drüber. Take Profit lasse ich weg. Es gibt keinen Take Profit, sondern ich werde hier unten an der 15.020 eine Long Limit Reverse hinlegen, um diese Shorts von hier oben zu drehen. Das heißt, Verlauf Verlauf ist 15.000 Oh, 16.000 circa, da wo ich geshortet habe. Short Verlauf 15.160 ist circa 15.030 da das schaut, aber das Marot dahin und dann Long Verlauf Long Verlauf ab 15.030 bis mache ich jetzt ein Fragezeichen rein. Das mache ich erst dann, wenn ich das Ziel auch habe. Okay, hier unten drunter, da ich werde mit 50 Punkten Break-Even gehen, dann sind wir nämlich hier an der Unterkante, dann geht mein Stop-Break-Even und da drunter werde ich diese Position verdoppeln. Ab da wird der Stop-Done-Break-Even weitergeführt. Diese Bilder bitte bei Slack reinstellen, ich werde heute auf Slack nicht groß begleiten. Hier ist mein Plan und den könnt ihr gerne dann auch dort veröffentlichen und könnt ihn auch gerne dort nachvollziehen. So ist mein Plan. Ich habe jetzt hier ganz bewusst geshortet, nämlich mit dem Bruch von dieser Kerze, das Low bei 59 und der Entry bei 57 genau da drunter. Deswegen habe ich Market jetzt drauf gehauen, um diese Geschichte hier auch zu erwischen unter diesem Tief. Die Geschichte weglaufen lassen. Hier aufpassen, wenn man am Chart sitzt, muss man sich überlegen, ob man hier unten diese Geschichte dreht, weil wenn diese SKS nicht aufgeht und wir hier unten durchkacheln, die 14.711, da könnte mich jetzt auch zehnmal auslachen, die 14.711 ist bei mir noch lange nicht vom Tisch. Null, niente. Die kann durchaus nochmal wiederkommen. Ich habe vorhin dort an dieser Stelle aufgehört. Eine Bitte an alle, die uns unterstützen oder die uns zuhören, was ich mit diesen Beispielen sagen will. Wir sind gestern von 15.112 gekommen, wir wollten zur 14.820 roundabout 300 Punkte short und von der 14.820 wollten wir zurück zur 15.055 das heißt nochmal 230 Punkte long. Das waren 530 Punkte, die wir gestern auf dem Deckel hatten. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber daraus geworden sind irgendwie 100 Punkte. Warum? Weil ich von meinem Plan abgewichen bin unter dem Motto viele Köche verderben den Brei. Wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr für euch einen Plan gemacht habt und den auf dem Deckel habt, dann ist das euer Plan und dann lasst euch auch bitte durch meinen Plan nicht durcheinander bringen. Wenn ihr euren Plan nehmt und meinen dazu und die miteinander vermischt, werdet ihr wieder ähnliche Katastrophen in Gänsefüßchen erleben, so wie ich gestern. Mein Plan 550 Punkte und wer die Positionsgrößen gestern gesehen hat, wir haben bei der 15.112 waren wir mit 40 DAXen unterwegs und das mal 530 Punkte. Wer rechnen kann, weiß, was da gestern nicht umgesetzt wurde. Warum? Weil man verschiedene Sachen einfach miteinander vermischt, was mir auch, ich bezeichne mich frecherweise mal als Profi, weil was mir auch als Profi passiert. Nehmt so eine Anhaltspunkte, macht mit diesen Anhaltspunkten euren Plan und zieht euren Plan einfach durch. Wenn da zehnmal einer sagt, oh, mittwochs geht das long und am ersten geht es short und heute haben wir Vollmond, da geht es meistens quer, da haben wir eine Range. Arschlecken, sage ich mal ganz einfach. Das Einzige, was zählt, ist euer Plan. Bei den habt ihr gemacht und den habt ihr verstanden. Den habt ihr verstanden und den könnt ihr handeln. Meine Pläne, die habe ich verstanden und die muss ich und soll ich handeln und ich werde in Zukunft auch meine Pläne, so wie jetzt hier, einfach offen darlegen, die kann man sich zu eigen machen, man kann sie als Unterstützung nehmen oder man sagt, okay, ich übernehme die eins zu eins, dann sollte man sie auch dran halten oder man sagt, ich habe mein eigenes Ding, Macker, du kannst mich mal, da kann man sich auch morgens die Stunde hier sparen. Wichtig ist, seiner Linie treu zu bleiben und nicht links und rechts. Das hat auch nichts mit Sturz zu tun, ich habe einen Plan gehabt. Ich hatte einen Plan von von der 15.112 bis 14.820 von dort nach oben nichts anderes. Das ist nicht mein Plan gewesen. So, damit bin ich auch durch für heute. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Euro gucken. Falscher. Da. Ups. Gucke. Irgendeiner hat vorhin geschrieben, Euro pro long. Nein, Euro pro long war hier noch nicht zu handeln. Wir können jetzt abwarten, bis wir hier den Rücklauf kriegen, bis an die 1.1562 und dann können wir hier ab 1.1562 dann können wir überlegen long zu gehen. Wir sehen wieder Zielbereich angelaufen, die 65 angelaufen, ab jetzt long Setups Euro pro ab 1.1558 besser, ab 1.62 ideal Szenario jetzt hier runter an die 62 und dann long nach oben weg. Das mit den 270 Punkten, das kann durchaus stimmen, durch die long Nummer, die wir mitgenommen haben. Ich habe es noch nicht nachgerechnet, das wird unser Andy nachher schon tun, die Performance werden wir in der Tabelle sehen. Es ist aber nicht mal die Hälfte von dem, was wir hätten haben können. Ich möchte auch keinem persönlich irgendwo ans Bein pinkeln, sondern ich will damit einfach nur offenlegen, Jungs, Mädels, wenn ihr einen Plan habt, zieht den Plan durch. Und damit will ich, muss ich, werde ich mich jetzt auch verabschieden und wir sehen und hören uns vielleicht wieder in der kommenden Woche. Ich muss das Wochenende erstmal in mich gehen, muss hier ein paar Sachen verarbeiten. In diesem Sinne, sorry, dass es am Anfang mit der Technik nicht geklappt hat, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss, moin moin, euer TH. Vielen, vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute und natürlich an alle für die Teilnahme. Nicht vergessen, morgen Freitag NFP und deswegen wünsche ich natürlich viel Erfolg, auch heute selbstverständlich und dann auch ein schönes Wochenende und vielleicht und hoffentlich dann bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.